Wir haben uns vor der 8. am Bahnhof in Wenger getroffen und sind dann auf die kleine Scheidegg gefahren. Und OBA kam, hat uns dann unser Skilehrer schon in Empfang genommen. Und dann haben wir alle unsere Ausrüstung bekommen. Und dann haben wir dann quasi wirklich die ersten Instruktionen bekommen für den Skitag. Wir hatten sechs internationale Gäste eingeladen. Und sie sind dann auch zum ersten Mal auf der Ski gestanden. Wir auch. Also ich bin auch zum ersten Mal auf der Ski gestanden. Dann ist uns mal gezeigt worden, wie man dann Skifahren könnte. Dann hast du Schnee zum ersten Mal. Oder Schnee generell und Berge überhaupt. Ich glaube, das ist für sie alle wirklich extrem speziell gewesen. Aber was mich persönlich auch noch am allermeisten verwundert hat, das auf den Skistaum macht noch richtig Spass. vor dem anderen Mal auf den Ski gestanden ist, dass wir die Ski gestanden haben, dass wir die Ski gestanden haben. Und jetzt haben wir die Ski gestanden ist. Vielen Dank.